Vama Janvasana ist die Stellung auf dem linken Knie. Raffaela zeigt, wie es geht. Zunächst strecke die Beine nach vorne aus im Langsitz, dann beuge das linke Knie, gib die Ferse zwischen die Pobacken zum Damm bzw. Perineum. Du sitzt also auf der Ferse. Dann beuge das andere Knie und gib die Oberschenkel übereinander bzw. die Knie übereinander und wenn du kannst, gib den rechten Fuß ans linke Gesäß. Dann falte die Hände. Das ist Vama Janvasana, eine Variation mindestens des unteren Teils von Virasana.